Meine Tochter Tina und ich führen die Seniorenresidenz Alpenland mit betreutem Wohnen und stationärer Pflege. Wir tragen die Verantwortung und sorgen dafür, dass unsere Bewohner bzw. Patienten sich bei uns wohlfühlen und bestmöglichst versorgt werden. Dazu gehört, dass wir ihre Selbstständigkeit erhalten und eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Wir tragen dazu bei, dass ihre individuelle Lebensqualität aufrechterhalten bleibt. Unsere Mitarbeiter sind qualifizierte Fachkräfte. Von ihnen werden unsere Bewohnerinnen und Bewohner und Patienten liebevoll, verständnisvoll sowie fachgerecht gepflegt und versorgt. Dabei ist die Achtung ihrer Würde und die Erhaltung des individuellen Wohlgefühls oberstes Ziel. Neben der Seniorenresidenz Alpenland führen wir noch einen ambulanten Pflegedienst. Wir bieten Ihnen Grund- und Behandlungspflege, Demenzbetreuung, Essen auf Rädern, Hausnotruf, Haushaltshilfe und Hausmeisterservice an. Vereinbaren Sie einen Termin und kommen Sie vorbei. Wir freuen uns darauf, Ihnen vor Ort alles zeigen zu dürfen. Ihre Tina Papke mit dem gesamten Team der Seniorenresidenz Alpenland. Alphen 보신분 sun